Wir haben langsam ein bisschen die Schnauze voll, alle Leute zeigen immer hier irgendwelche Screenshots, Screenshot, Umsatz, hier 130.000 Euro, aber was bleibt wirklich davon hängen? Was sind die Margen? Wie sehen auch die Kosten aus? Also woran fließt überhaupt dein Geld, wenn du im Onlinehandel ein eigenes Business aufbaust? Dafür haben wir drei super spannende Produkte, an denen wir das jetzt erklären werden und auch erklären werden, warum die Kostenstruktur vollkommen unterschiedlich ist bei verschiedenen Verkaufspreisen. Das musst du nämlich unbedingt mit einberechnen und wie es diese drei Produkte geschafft haben, wirklich pro Monat 5.000 bis 10.000 Euro Gewinn zu erwirtschaften. Jetzt aber erstmal Tobi. Mein Name ist Tobias Reisen, grüße euch, schön hier zu sein, danke für die Einladung. Ich bin jetzt seit knapp drei Jahren bei Niklas, mache halt Daily-Produktsuche, Market Research, PPC, das heißt ich habe tausende von Produkten mitgelauncht. Und ja, jetzt schauen wir mal einfach, was hier die Kollegen, die wir euch heute vorstellen, mal so an Margen machen. Und vor allen Dingen, warum es auch so wichtig ist, zu wissen, wie hoch ist mein VK, weil 100.000 Euro Umsatz bei 50 Euro, 100 Euro oder 200 Euro VK sind einen unterschiedlichen Gewinn. Das darf man nicht vergessen, weil einfach die Kostenstruktur dahinter prozentual eine völlig andere ist. Und niemand hat darüber bisher gesprochen, niemand erzählt euch das. Es wird euch gesagt, verkauft eine Knoblauchpresse für 20 Euro, ihr macht fetten Gewinn. Ja, vielleicht bleiben 50 Cent ein Euro hängen, okay. Da musst du aber so viel Masse im Monat verticken, das lohnt sich nicht. Deswegen, heute wirst du erfahren, wann du wie viel Marge machst und vor allen Dingen, in welchen Preisbereichen du besser nicht reingehen solltest. Viel Spaß. Und vor allem auch, wie du es berechnest. Genau. All right, also wir haben drei Produkte. Hier einmal zuallererst ein Fahrradschloss in dem Bereich, wird circa so um die 8, 9 Euro eingekauft, für 50, 60 Euro verkauft. Hier sehen wir, da bleibt ein sehr guter Gewinn hängen. Wir wissen das, weil wir mit den Produkten zusammenarbeiten. Das sind Leute aus dem Hause e-commerce.de oder aber auch hier zum Beispiel, also 49 Euro, nee, was haben wir, 54 Euro Verkaufspreis. Dann haben wir hier eins um den 100 Euro Verkaufspreis, verkauft sich so ungefähr siebenmal am Tag. Auch ein sehr, sehr, sehr ordentliches Produkt. Richtig gut erfolgreich, auch direkt mehrere Produkte gleichzeitig gelauncht hier. Das wird so in etwa, in etwa auch so im 17 bis 20 Prozent Margenbereich sein. Und dann haben wir hier nochmal was richtig schön saftiges für knapp 200 Euro, 9 Sales am Tag. Und da bleibt auch ordentlich was hängen. Das sind ungefähr 40.000 Euro Umsatz im Monat mit einem Produkt wohlgemerkt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn man sowas sieht, wie machen die das und wie ist das dahinter? Man sieht jetzt nur diese Umsetzung, diese Verkäufe, aber wie ist das dahinter eigentlich aufgebaut? Deswegen haben wir heute was für euch vorbereitet, beziehungsweise wir nehmen das jetzt gerade nach dem Workshop auf, den wir gehalten haben und zeigen euch, was wir da gezeigt haben. Also was verdient man im E-Commerce? Vielleicht gehst du einmal kurz die Fixkosten erstmal durch. Ganz wichtig, unabhängig was ihr macht, wenn ihr euch selbstständig macht, gibt es eine einzige Regel. Kenne deine Zahl jederzeit. Das ist das Allerwichtigste. Du musst zu jeder Zeit wissen, wo steht gerade mein Unternehmen. Und genau deswegen machen wir jetzt heute dieses Video und zeigen dir mal, welche Kosten für dich als Amazon FBA Seller auf dich zukommen. Auf der linken Seite siehst du die Fixkosten, da hast du die Produktkosten, die etwa 25% im Durchschnitt von deinem Umsatz ausmachen. Warum 25%? Ganz einfach, weil wir uns so die Regel setzen, wir wollen den Einkaufspreis das Vierfache auf den Verkaufspreis hebeln. Deswegen sind es 25%. Das kann jeder anders machen, aber 25% funktioniert in der Regel ganz gut. Dann haben wir natürlich Durchschnitts, das sind Durchschnittswerte, 5% Versandgebühr. Genau, und dann haben wir natürlich auch noch die Retouren, die Lagerkosten und was ganz viele gar nicht machen, ist den Steuerberater mit in die Kalkulation reinholen. Als Einzelunternehmen geht das noch, aber sobald du eine Kapitalgesellschaft bist, dann haut das richtig ordentlich rein in die Marge. Deswegen, Steuerberater von Beginn an, gewöhne dir das an, immer mit einzukommen. Weil jeder hat einen so, ne? Und es ist so mit 1%, manche rechnen 1%, ich sag mal, ich rechne 2%, weil es dann noch irgendeine Scheiß, am Ende des Jahres noch irgendwas. Berechne das einfach mit rein, das ist auch egal, wie viele Produkte, umso größer ein Unternehmen ist, desto mehr zahlst du, also mit 1-2% bist du da gut bei. So, und jetzt kommt der spannende Punkt, denn der Rest ist prinzipiell erstmal Gewinn. Also du hast jetzt dieses Produkt, das Produkt kann versendet werden, es wird gelagert, wird versendet, die Retouren sind mit eingerechnet, Steuerberater, das ganze Fixe drumherum ist mit eingerechnet. Der Rest ist ja im Grunde genommen Gewinn. Da haben wir bei den meisten Produkten, wenn du es so kalkulierst, irgendwie so zwischen 40 und 60%. Ja, und es fehlt aber noch ein entscheidender Kostenpunkt. Und zwar, ich würde sagen, der entscheidendste Kostenpunkt, und kann Tobi gleich nochmal eine Geschichte zu erzählen, denn ich glaube, die Falschbrechung von Marketingkosten führt zu den meisten Fehlschlägen im Icom. Also, glaube ich nicht, sondern zu 100%. Das ist Fakt. Und du kannst dir das so vorstellen, in diesen Marketing und Gebühren sind jetzt zum Beispiel bei Amazon beispielsweise, das hast du ja eine Verkaufsgebühr. Da zahlst du zum Beispiel diese 15% an Amazon, in manchen Kategorien ist auch ein bisschen weniger. Und dann hast du PPC Werbeanzeigen. Also, wenn du jetzt beispielsweise mal, sagen wir, wir gehen mal hier auf Amazon hin, besuchen mal nach Fahrradschloss, jetzt nur als Beispiel, dann haben wir hier oben diese Artikel, da steht gesponsort. Und wenn wir hier weitergehen, dann finden wir immer mal wieder auch gesponsorte Artikel. Das sind sogenannte Werbeanzeigen. Hier zum Beispiel die, das ist eine Sponsoring. Hier haben wir wieder Sponsorings. Und so weiter und so fort. Und das brauchst du natürlich, um Sales zu machen. So, eigentlich schaltet jeder Werbung in einer gewissen Art und Weise. Die Frage ist halt, wie viel Prozent von deinem Umsatz geht für diese Werbung drauf? Und da kannst du im Grunde genommen jetzt sagen, in unserer Kalkulation, die sind es 30-30. Das ist aber im Grunde genommen einfach nur eine Annahme. Denn am Ende des Tages hängt es davon ab, wie gut du dich vermarktest, wie gut dein Produkt in den Markt reinpasst. Also, dein Product-Market-Fit sozusagen. Hast du einfach ein total beschissenes Produkt für einen viel zu hohen Verkaufspreis, zum Beispiel schlecht vermarktet, dann würdest du hier wahrscheinlich statt 30 Prozent 100 Prozent haben oder 200 Prozent. Das heißt, du wirst sogar noch draufzahlen, wenn du das nicht richtig vernünftig machst. Andersrum, mit gutem Produkt und gutem Marketing kannst du hier 20-30 Prozent mitnehmen. Und dann macht e-com richtig Bock, richtig Laune, so wie bei den drei Kollegen hier oben. Wenn du dann mit einem Produkt, keine Ahnung, zwei Stunden Aufwand pro Woche, egal was du gerade machst, im Grunde genommen, ja, 5.000, 8.000, 10.000 Euro Gewinn. Also wirklich, was übrig bleibt, machst du das. Deswegen bockt e-com ja auch so. Das macht dir Spaß an dem Business. Aber man muss es halt eben richtig aufbauen. So, und jetzt haben wir gesagt, das ist die grobe Kostenstruktur. Wir wollen jetzt einmal das Thema Verkaufspreise mit integrieren. Denn du kannst dir davon ausgehen, dass je teurer dein Verkaufspreis ist oder je günstiger sich die Verhältnismäßigkeiten total verändern. So, wir malen das mal eben hier an die Tafel. So, also wir haben hier einmal auf der linken Seite den prozentualen Marketinganteil, die Höhe davon sozusagen. Und das im Verhältnis zu dem Verkaufspreis. Hier auf der rechten Seite haben wir die teuren Produkte und hier auf der linken Seite die günstigen. Also umso weiter es hier rüber geht, desto teurer wird es. Und du kannst dir im Grunde genommen das so vorstellen. Das ist jetzt natürlich grob. Es kann immer mal sein, dass eine Nische da rausspringt. Aber man kann das schon sehr gut machen, dass es ungefähr so verläuft. Warum? Hier ist so diese Marke, wo wir sagen, verkauft auf gar keinen Fall da drunter. 30, 40 Euro sind das in etwa. Bitte nichts günstiger verkaufen. Und umso teurer es dann wird, desto weniger prozentual brauchst du einfach an Marketingbudget. Warum? Weil es mehr Geld grundsätzlich zur Verfügung gibt. Weil das Produkt einfach deutlich teurer ist. Also es gibt einfach mehr Budget. Das ist ein guter Punkt. Das ist jetzt natürlich nichts Konkretes. Das heißt, du weißt ja im Vorfeld immer überhaupt nicht, wie hoch ist jetzt mein prozentualer Anteil an Werbekosten vom Umsatz. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich kannst du halt so ein bisschen hingehen und sagen, stellen wir uns mal vor, wir hätten jetzt einen durchschnittlichen Klickpreis von einem Euro. Das heißt, jeder, der auf unsere Werbeanzeige klickt, löst dann im Prinzip einen Euro, den wir zu zahlen haben, aus. Und jetzt gehen wir von einer durchschnittlichen Conversion von 5% aus. Das heißt, wir brauchen 20 Leute, die klicken, bis wir einen Sale machen. Dann wären wir jetzt schon absolut in dieser Rechnung. Ist eine theoretische Rechnung. Es kann nicht sein, dass es teurer ist. Es kann nicht geben, dass es günstiger. Aber wir bleiben jetzt dabei, weil es sich besser rechnen lässt. Das heißt, dass du dann 20 Euro pro Sale auszugeben hast. Und wenn du jetzt für 20 Euro verkaufst, ne, Painpoint, oder wenn du für 40 Euro verkaufst, dann hast du halt 50% Marketingkosten. Das heißt, du musst halt, verkaufst du für 100 Euro, dann ist es schon verschwindend gering. So sieht es aus. Und das ist dann eben der Riesenunterschied. Zwischen teuren und günstigen Punkten. Und deswegen ist es auch der Fakt, dass du sozusagen bei teuren Produkten einfach prinzipiell immer mehr, ist es einfacher mit geringem Marketingbudget auszukommen. Weil natürlich 15% von 100 Euro, da kannst du 15 Euro ausgeben für Marketing. 15% von 10 Euro sind 1,50 Euro. Damit kannst du gar nichts machen. Also das ist super, 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 super wichtig. Und dazu kommt noch, dass umso günstiger Produkte sind, auch prinzipiell mehr Konkurrenz da ist. Weil die ganzen Leute, die keine Kohle haben und ein Business starten wollen und irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro haben oder so, die ganzen günstigen Produkte natürlich nur an den Markt bringen können. Und dementsprechend auch nochmal ihr ganzes Erspartes in Werbung reinschallern. Und der Markt durch komplett, zum Beispiel was wie Trinkflaschen oder so, ne, oder so ein Proteinshaker oder so ein Scheiß. Da hast du gar keine Luft, nix, Handyhüllen und sowas, kannst du komplett in die Tonne treten. Da kannst du mit dem geilsten Produkt keine Kohle machen, weil die Klickpreise so hoch sind im Verhältnis zum Verkaufspreis, dass es keinen Sinn macht. So, das gleiche Phänomen oder ein ähnliches Phänomen haben wir aber auch noch bei den Produktkosten. Also wir haben hier die prozentualen Produktkosten. Machen wir nochmal so einen schönen Chart. Prozentuale Produktkosten. So, also das, was du im Einkauf ausgibst. Und das auch wieder im Verhältnis zu dem Verkaufspreis. Das heißt, hier haben wir wieder die teureren Verkaufspreise, hier haben wir die günstigen Verkaufspreise. Und hier ist es im Grunde genommen genau andersrum als gerade eben. Je günstiger im Grunde genommen das Produkt ist, desto, ja, im Grunde genommen prozentual geringer müssen auch die Produktkosten sein, damit es profitabel ist. Also hier geht es jetzt darum, dass es profitabel sein muss. Hier zum Beispiel bei so super günstigen Artikeln, keine Ahnung, da musst du ja theoretisch das 8- bis 10-fache teilweise sogar noch deutlich mehr darüber übrigens haben. Also das ist kein Joke. Wenn du was für 5 Euro verkaufst, das kannst du nicht profitabel machen. Also da darfst du eigentlich gar nichts. Musst du für einen Cent einkaufen oder so, dann geht es vielleicht. Aber wirklich, also ihr denkt, es ist lustig, wenn überhaupt. Also wenn überhaupt, also wie gesagt, in dem Bereich habt ihr eigentlich gar nichts zu lachen. Es gibt zum Beispiel eine Nische Knoblauchpresse, da kaufst du so ein Ding für 1,20, 1,30, ein und musst du für 20 Euro verticken. Ja, wenn du zu 14 Euro verkaufst, wo alle verkaufen, macht es, also es macht einfach keinen Sinn. Bitte haltet euch fern hier von diesem Bereich. So, jetzt kommen wir hier auf diese, auf diesen nächsten, da haben wir diese klassischen 25 Prozent. Klar, auch hier gibt es natürlich so, wie zum Beispiel das Fahrradschlosser, irgendwie 20 Prozent oder sowas. Je nachdem, aber da sind wir ungefähr in dem Bereich. Und dann aber, und das muss man auch sagen, das ist einfach so, können die Sachen auch nochmal deutlich teurer werden. Also es kann auch sein, dass du dann so 30 bis 40 Prozent sogar für Produktkosten mit einplanen kannst und trotzdem richtig gute Marge fahren kannst, weil sich halt diese Kosten dann vom Marketing, da hast du es immer weniger, du hast es im Versand immer weniger, da wird es immer günstiger. Umso teurer der Artikel ist, ist es ja auch der Versandpreis zum Beispiel. Bei einem 200 Euro Produkt wird der prozentual weniger ausmachen. Das Retourenhandling ist günstiger bei einem 200 Euro Produkt. Prozentual, insgesamt ist es das gleiche, aber es ist prozentual günstiger. Und das verteilt sich dann sozusagen um und du kannst das Geld zusätzlich im Produkt investieren. Und das checken halt voll viele Leute nicht. Das liegt sozusagen daran, dass du die Kosten umverteilst. Also du verteilst sozusagen ein Stück von diesem Quadrat hier in das Quadrat vorne mit rein. Wo übrigens, ganz kurz, müssen wir nicht ausführen, aber auch hier der Import und die Zollkosten mit drin sind. Die sind immer in den Produktkosten mit drin. Alright. Und so schaffen es im Grunde genommen auch die Seller an dieser Stelle, ihre Kosten halt vernünftig zu kontrollen. Zum Beispiel bei ihm ist der Verkaufspreis am höchsten im Verhältnis prozentual, am zweithöchsten und hier ist er am geringsten. Hier ist er zum Beispiel sogar nur bei 20 Prozent etwa. Also das hängt natürlich jetzt so ein bisschen von der Kategorie ab. Wenn du jetzt ein Kinderspielzeug machst, dann musst du natürlich auch die Produktcompliance mit reinpacken. Die einmaligen Kosten. Die einmaligen Kosten. Sowas halt. Aber an den variablen Kosten, da gäbe es jetzt, ab Oktober kommt Amazon wieder mit neuen Gebühren auf sich. Das heißt, jede Kategorie hat ja eine durchschnittliche Retourenquote. Und wenn du jetzt ab Oktober mit deinem Produkt da drüber bist, dann geht Amazon hin zusätzlich zu den Retourenkosten, die du eh schon leisten musst und sagst zu dir, ok, weil du jetzt über diesen Durchschnitt bist, zahlst du jetzt nochmal pro Produkt 3 Euro Strafgebühr. Pro Produkt. Jetzt verkaufst du so ein Ding für 15 Euro. Also pro Retoure. Pro Retoure, genau. Jetzt verkaufst du so ein Ding für 15 Euro. Wo willst du da Marge hernehmen? Es ist komplett bescheuert, diese günstige Produkte zu verkaufen. Auch da gilt natürlich wieder, umso teurer das Produkt ist es so, egaler ist dir das. Nämlich auch die Bearbeitungsgebühren von jedem Produkt sind die gleichen bei einem teuren wie bei einem günstigen, aber prozentual sind es weniger. Hier auch nochmal ein kurzer Appell, wir treiben diese Botschaft wirklich durch den Markt. Schaut euch an, wo habe ich das hier? Amazon FBA, FBM. FBM ist so viel günstiger. Ihr könnt so viel Geld sparen. Scheißt auf diese ganzen Logistikkostenerhöhungen von Amazon und spart euch lieber richtig viel Geld. Auch nochmal ein richtig guter Vorteil, so wie das unsere Kunden auch größtenteils jetzt mittlerweile machen. Kann man ganz einfach ausrechnen. Hier mal ein Beispiel. Also FBA bedeutet, Amazon FBA ist versandt durch Amazon. FBM ist versandt durch einen anderen Logistikdienstleister, der genau das gleiche für euch macht wie Amazon. Also es ist genau das gleiche, nur viel günstiger. Hier zum Beispiel hätten wir bei dem Produkt, oder was heißt hätten, also bei dem Produkt waren wir bei FBA, bei knapp 11 Euro, inklusive der Lagerung, inklusive der Anliefergebühr, allem was man sozusagen gebraucht hat. Während wir bei FBM bei 5,74 Euro sind. Also du sparst, also es ist jetzt für ein spezielles Produkt durchgerechnet. Wie gesagt, ihr müsst es für euer Produkt durchrechnen, dann sobald ihr eins habt oder wenn ihr schon verkauft, dann let's go. Also das noch nicht gemacht zu haben, das ist geistesgestört. Denn hier seht man Einsparpotenzial 5 Euro, das sind fast 10% Marge. Die habt ihr einfach mal mehr als eure Konkurrenz. Ich meine, du veränderst nichts an deinem Produkt, du änderst einfach nur deinen Prozess. Es verändert sich aber für dich prinzipiell gar nichts, aber du hast einfach mal 7, 8% Marge. Einfach so, pro Sale mehr. Also wir haben gerade fast alle von den Kollegen hier zum Beispiel das Surf & Balance Ding, das machen wir FBM natürlich. Ich glaube, das weiß ich gar nicht bei den anderen Produkten. Also bei dem Fahrradschloss wird es wahrscheinlich nicht notwendig sein. Da bist du FBA wahrscheinlich einfach, weil es so klein ist, da bezahlst du fast gar nichts. Bei dem 3 in 1 Handelsset, die machen ja auch FBA wie bei uns. Ja, also diese Handelssets bitte nicht bei uns in der Logistik zumindest. Das schwere Schleppen wollen wir uns ersparen. Also das ist auf jeden Fall ein, glaube ich, sehr, sehr wichtiges Informationspiece für die Kostenstruktur und Berechnung, dass man sich da mal einen Überblick darüber verschafft. Und ganz kurz abschließend noch, du hast gesprochen von, es gibt einmal Kosten für jedes Produkt. Lass die bitte aus der Kalkulation raus, also wenn ihr die Marge kalkuliert. Kalkuliert die separat davon und beurteilt dann, ob es das wert ist, das Produkt zu starten oder nicht. Wenn ihr zum Beispiel jetzt mal Samples bestellt am Anfang oder eine Verpackung designen lasst, dann sind das Einmalkosten, da habt ihr vielleicht 1000 Euro oder sowas für. Die würde ich jetzt nicht auf die Marge umrechnen. Warum nicht? Weil ihr die einmal habt. Ihr rechnet auch, wenn ihr ein Haus kauft, nicht die Renovierung, die ihr einmal macht am Anfang, jeden Monat irgendwie oder jedes Jahr auf eure Kostenkalkulation drauf, sondern nur das, was dann auch wirklich anfällt. Und jetzt nochmal, warum Ecom so fucking geil ist. Ihr müsst euch hier vorstellen, in dieser Kalkulation, das ist jetzt sagen wir mal so ein bisschen minimal überdurchschnittlich, würde ich sagen. Also die Durchschnittsmarge ist etwas weniger als 30%. Aber das, was du von deinem Geld bezahlen musst, sind nur diese 25%. Hier müssen zum Einkaufen diese 9 Euro plus dann vielleicht 1, 2, 3 Euro noch für Shipping und Zoll bezahlt werden. Der Rest fällt erst an, wenn du Umsatz machst. Und davon bezahlst du das Ganze. Bedeutet, wenn du mit 25% Produktkosten 30% Gewinn machst, dann verdoppelst du dein Geld. Also du gibst 10.000 rein, kommst mit 20.000 raus, bestellst das Produkt wieder und 3 Monate später hast du wieder die gleichen Switch gemacht und dann kannst du von da aus gut aufbauen. Das ist auch der Grund, warum die Kunden dann auch so schnell im Grunde genommen in dem Speed wachsen können. Geiler Schritt. Danke dir Tobi für deine Zeit, dass du hier mit am Start warst. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ciao, ciao.